Der nächste Song heißt So Klein. Der ist für euch alle hier vorne. Genau. Mein Nebbranz. Du hast mich eingeladen, um acht sollt' ich bei dir sein. Ich war überpünktlich und du batzt mich höflich rein. Ich seh, wie toll du aussiehst und bin sofort bewegt. Super Haare, perfekte Zähne, man sieht, dass hier was geht. Das hat Klasse, das hat Stil, gehör ich wohl hierher. Doch diese ganze Sache gefällt mir immer mehr. Wieso zur Hölle kannte ich dich denn so lange nicht? Was ist denn vorher schick gegangen? Ja, das ärgert mich. Doch jetzt, wenn wir uns kennen, du fragst mich netzlos aus. Stärken, schwächen, Hobbys, Tiere, Wohnung oder Haus. Du fragst mich nach nem Kaffee, ich hätte lieber Bier. Ja, doch das macht mich nicht im Danken, denn ich bin gerne hier. Doch dann plötzlich diese Frage, irgendwann muss es wohl sein. Ich habe sie befürchtet, doch ich fühle mich so klein. Ich fahr, suchst du lieber spielen, frag dich jetzt einfach aus. Und du bist charmant und antwortest und zeigst mir noch das Haus. Auch hier nur Stil und Klasse, ich fühl's, es wäre perfekt. Doch als wir uns widersetzen, ist der Enthusiasmus weg. Denn dann plötzlich diese Frage, irgendwann muss es wohl sein. Ich habe sie befürchtet, doch ich fühle mich so klein. Denn er fragt... Was haben sie sich vorgestellt als Einstiegsgehalt? Und ich krieg Panik und mir wird heiß und kalt. Poker ich und übertreibst damit, so kriegst deshalb den Job nicht. Oder bin ich ehrlich, stapelt sie und dann ärgere ich mich. Dieses Vorstellungsgespräch lief doch eigentlich echt gut. Doch bei dieser Frage verlässt mich stets der Mut. Was haben sie sich vorgestellt als Einstiegsgehalt? Was haben sie sich vorgestellt als Einstiegsgehalt? Vielen Dank.